Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind unterwegs auf der zweiten Etappe des Rundwanderweges Bliesgau. Die Etappe geht von Medelsheim bis nach Gräfienthal. Die Tour hat etwa 20 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke so ist, dann kommt mit. Was für eine Aussicht, bevor es jetzt in den Wald hineingeht. Solltest- haunder, im boringen Ausbilder und sich die Hitze des Rund爍es. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Noch etwa zwei Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel, in Trevintal. Die Tour hat uns heute wieder richtig gut gefallen. Man hatte auch immer wieder richtig geniale Ausblicke gehabt. Der Weg war zwar auf breitem Weg, aber das war uns egal. Die Landschaft war richtig idyllisch. Wenn euch dieser Weg bzw. das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Hallo liebe Wanderer. Hallo liebe Wanderfreunde. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unterwegs. Rundwanderweg ist unterwegs. Hallo liebe... Hallo liebe... Olek.